Inzestverbot Grüne und Piraten wollen Aufhebung Ein Showdown gesellschaftlicher Verwahrlosung Straßburg, Berlin Mit der Mitte April gefällten Entscheidung des Europäischen Menschengerichtshofs, EMGR, dass das deutsche Inzestverbot nach § 137 StGB rechtens ist, geben sich die linksalternativen Parteien nicht zufrieden. Unmittelbar nach der Entscheidung des Gerichts gab Grünpolitiker Ströble bekannt, dass er für eine Streichung des entsprechenden Paragraphen ist. Das Verbot passt nicht mehr in die Zeit, sagte er dem Nachrichtensender N24. Jetzt haben sich auch die linksgrünen Piraten zu Wort gemeldet und sprechen sich in einer Pressemitteilung ebenfalls für eine Streichung des Inzestparagraphen aus. Das Tor zur endgültigen gesellschaftlichen Verwahrlosung steht sperrangelweit offen. Mit der strafrechtlichen Verfolgung des einvernehmlichen Geschlechtsverkehrs zweier erwachsener Menschen wird ganz grundlegend in das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit eingegriffen. Wir lehnen solche Eingriffe als Partei ab, erklärte Piratensprecherin Anita Möllering am vergangenen Wochenende. Eine Übereinkunft aller Gesellschaften zur Ächtung des sexuellen Verkehrs unter Verwandten sei nach Ansicht der Piratenpartei ohne Grundlage. Demgegenüber schade eine bisweilen andauernde Tabuisierung nur den Betroffenen. Ähnlich sieht das auch die grünen Ikone Ströble. Er stigmatisiert das Inzestverbot als eine überkommende Erscheinung aus längst vergangenen Tagen. Aus Tagen, in denen konservative Werte und Normenvorstellung noch durch die Mehrheit der Bevölkerung getragen wurden. Das ist ein einsames Relikt aus anderen Zeiten, in denen ja auch noch der Ehebruch strafbar war. Das haben wir auch abgeschafft. Abgeschafft haben die 68er so einiges. Angesichts der Tatsache, dass Grüne und Piraten bundesweit zusammen auf 25% der Wählerstimmen kommen, wird auch der Sozialdemokrat Sarrazin recht behalten, wenn er sagt, Deutschland schafft sich ab.